hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf unserem kanal so vor allem gleich wenn ihr keine videos mehr verpassen abonnieren direkt daneben auf das glück schon auf aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue benachrichtigung wenn wir ein neues video laden dann zudem könnt ihr gerne mal ein like da lassen dann würde ich sagen viel spaß mit dem video die glock so leute wir sind in rush wars 160 gold kann ich mir abholen und meine gold mein extra mein glück was für ein glück diese blöde gold mine ist weg ich war echt schlecht die war richtig richtig schlecht so machen das angreifen du ich kann das moment gar nicht sagen weil meine letzte verteidigung war mega würde ich ja das angreifen ist wahrscheinlich weiß ich nicht kann ich dir gerade zum moment nicht sagen ich habe selbst gefunden in diesen eis die ganzen fließenden müssen weg so aber dann ja das passt nicht wir sagen ja es passt so free boxes super free boxes free boxes free boxes ja man kann sagen ich direkt mache ich auch jetzt ich habe mein mal mein 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 versuch halbineuen ok das ist mir ein bisschen zu alt die geldling und greatest die schlacht die weich die geldling jetzt bei mir die verteidigung warum die ist mega schlecht und was passiert so nicht sehen das ist nicht normal das würde ich so nie sehen das ist hier so du machst die anmoderation falsch warum habe ich die anmoderation falsch gemacht ich habe schon fehler gemacht ja so wie immer okay mach die kanone down wobei ich zum falschen zeitpunkt gehalten denke das ist jetzt schon tot komplett tot kommt okay sehr gut ist toll wenn man kann ich die wieder benutzen in 13 minuten 20 in 18 19 minuten das super oder der commande ist echt stark ich habe keine einzige hütte bekommen und das war geil durch den frack voll gekriegt das war gut leute das muss immer so was ist hier los und da gibt es noch nicht was zu holen 444 auch mann im schrott 444 77 ja perfekt bei dir ich suche noch nach irgendwas was angreifen kann was auch sinn macht ich greife den da oben an dann habe ich den schon noch mal weg gleich geben auf die aufs gold alles andere macht ja keinen sinn nein macht es nicht ich hoffe dass jetzt drei stelle ist auf jeden fall immer immer drei stelle ja oh mein gott macht doch mal das ding da dauern kann ich wahr sein so und jetzt müssen sie eigentlich eigentlich müssen sie es jetzt schaffen drei sterne jawohl irgendwo ist scheinbar noch ach das sind noch die anderen armeen ja da unten stehen noch armeen ach so ich hoffe dass das trotzdem jetzt noch drei stelle nein die kraft greift alter macht es ja nein nein rebox alter beschäftigt euch doch mit dem alter beschäftigt das kann ja aus dieses bleibt familienfreundlich bleibt familienfreundlich alter die stehen da die werden angegriffen sie schießen stur auf diese drecks hütte weiter und lassen sich einfach abknallen von den anderen das kann doch nicht wahr sein ich hab's gehofft dass es eingetreten es ist unglaublich diese k ist so und ich muss probieren egal ich werde es verkacken ich weiß dass ich gerade aus ich raste gerade so aus so was von aus so was von außen das hier wird ich raste gerade so hart aus leute das ist ja so zum verrückt werden hier was ist das für ein ok ich habe wenigstens 26 gold bekommen einstellen meinetwegen so wie viel schlüssel hast du noch weil ich habe es jetzt auch keine einzige kiste geöffnet ich finde es zu gut heute wie seht ihr das ich finde es gut dass er gleich nur steine holte man sich erst du holt das schon wieder nur ein ich raste gerade ich raste gerade so hart aus du hast eine common box bekomme ich weiß gar nicht wie man da ausrasten können das ist einfach nicht zu glauben bekommen boxer gleich wie schön es ist nicht toll geht auf dem hinwerb was macht ihr denn egal ich krieg es trotzdem noch ich krieg trotzdem noch meine drei stände ich setze jetzt schon mal den hier so und ich habe drei sternen bei dir hat aber die klappe halt jetzt einfach die klappe ich glaube das ist das beste was zu machen wenn die klappe halt einfach mal die klappe halten ehrlich hast du wollte hast du überhaupt schon mal drei ständer gut halt jetzt einfach die klappe ich habe bis jetzt noch keine drei stelle doch einmal habe ich drei sterne geholt und das ist in der situation wo du damit nicht gerechnet hast klatsch ab halt einfach die klappe jetzt ohne mist ich finde es gut du nicht ich habe es jetzt immer drei sternen gut außer zwei mal gleich mal drei sternen außer zwei mal okay also auf geht's damit lenken wir die da oben ab wobei laufen danke dafür das ist nicht wahr das ist einfach nicht wahr das ist einfach nicht wahr das ist einfach nicht wahr das denn hey ich bin gerade irgendwie was ist denn grad los so schlecht habe ich ja noch nie noch nie gespielt nur eine einzige einzige folge habe ich sei es gleich gleich drei sternen hast du weil die erst anders kann das sein dass hier jetzt momentan weil es gibt sogar erstens meine mine sind meine armeen zu schwach was ist das problem hast du drei sternen halt einfach die klappe jetzt weil ich kann den drei sternen holt einfach die klappe ich will dafür mal gucken ich will einfach mal nachfragen ob du auch drei stände geholt und halt einfach meinst du hast du total gut nein habe ich nicht das war wieder nur ein gottverdammter drecksstern doch so viel hat einfach die klappe jetzt hat einfach die klappe halten einfach dabei ist doch gut in einem spiel habe ich niemals gesagt aber bis jetzt war ich besser als du ich habe fast immer drei sterne geholt im vergleich zu dir jetzt merkst du dass du nicht so gut bist wie ich wieso gehst du auf den was das denn wieso geht der wieso geht die kanone auf ein pitcher als ob ich in der box offen jetzt habe ich mir jetzt mal wieder drei sterne geholt halt einfach die klappe halte aber du hast da 532 sterne halte für die klappe wie viel hast du 565 man ja weil meine mine so schlecht performt weil meine mine so schlecht performt ich komme ja das habe ich auch noch nicht dass meine mine keine einzige verteidigung schafft ich weiß auch nicht was da los ist ja die sache ist das dorf ist halt nur so gut wie der besitzer vom dorf das macht aber die klappe bitte mir eingefallen hat aber die klappe bei dir ist es halt so eine sache dass bei dir halt einfach die ganze defense schlechtes also halt eigentlich immer aber halt einfach die klappe ohne mist aber gleich direkt mal hier also nicht verloren aber halt ein stellen das ist halt eigentlich verloren aber ja gut du hast es ja auch oft genug oder gehabt dann darf ich mir so mal glauben so bitte bitte schade dass das hast du jetzt habe ich noch nicht die drei sterne ich traue denen alles zu die schießen dann wieder nur auf die hütte und lassen sich abgeguckt ihr das an ja drei schlatsch ab 69 schlade striktri vergleich ja ja ich habe den gorilla bekommen oh mein gott die beste karte im spiel ich habe den gorilla bekommen nein den habe ich noch nicht gehabt nein ich habe noch nicht gehabt es wird die karten dann bestimmt nach dem skill der spiele ausgesucht oh mein gott bitte tu mir einen gefallen und sei einfach ruhig jetzt ehrlich ohne mist warum kann ich wahr sein so es kann ja wie schön für dich freudig sehr gut so das sieht aus wie es könnte es hätte meine mine sein können so wie das aussieht hier dann gab es noch mal gegen deine mine kämpfen da gewinnst du bestimmt gegen weil die war ja schlecht ja die war diesmal echt mega 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 schlechter gebe ich dir voll und ganz recht der spieler war der spieler war der spieler dieses blunder holen das ist nicht so toll das geht schon her ich weiß nicht ob ich das gewinne ich hoffe dass ich einstellen mindestens ich war der gleich muss halt auf gold gehen ich gehe halt auf sterne ja ich gehe auch auf sterne weil dadurch hole ich mir auch das gold macht ja du ja bei dir ist es halt nicht so einfach wissen bitte du bist ja einfach nicht so gut gehen muss man sagen alter ich habe jetzt wieder drei sterne geholt jetzt halt einfach mal deinen mund drei sterne ja krass lang so sicher komme ich wieder rein und jetzt habe ich den gorilla noch mal bekommen das kann ja wohl nicht wahr sein geil oh mein gut ich will sehr flattest verloren aber und eine box zum schluss okay ich bin fertig mein kies und das kann nicht wahr sein du bist schon fertig ja mir fehlen noch 28 sternen zu zu selber bei dir auch 59 sternen bitte 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 warum bist du so schlecht alter ich hasse dich gerade ich hasse dich kann ich dann ernst so selbst der azotrophäen mehr als du das ist cool oder gleich bei wieviel trophäen bist du oh oh also hast dich aber ein bisschen von mir entfernt hier nach wenigstens die eine hütte da und bin eingefahren macht die eine hütte da und das kann ich dann anzeigen macht die hütte hast du schon ich habe komplett verloren ich raste gerade aus die sind so unfassbar schlecht ich glaube ich muss wirklich meine meinen 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 system umstellen echt bei mir passt das mit meiner taktik ja bei dir ist dann können halt die truppen auch nicht mehr dran ändern gleich was mit dir heute eigentlich los bist du knurig gegen w.a. gegen den 496 8 gegen den solltest du jetzt wirklich gewinnen oder gleich bitte bitte erspare es mir bitte ich kämpfe gegen einen silber gegen den habe ich trotzdem ein stern wenigstens holt ja zwei sterne zustande egal zustande zustande sind zustande weil gleich ist das heute viel bisher immer noch bei 500 ab wieviel ist das jetzt schon verbraucht mein gott du mir jetzt eingefallen lasst du noch war die ich war die jeglichen kommentar hast du das ok ist ja gar spar dir bitte jeglichen kommentar also wie sollst du denn noch zurück hieß das ist einfach nicht zu glauben kann er nur noch zurück wie kann er immer noch jetzt zurück hieß haben das kann ich nicht nachvollziehen aber von das dem ich wo kommt und das dem ich oh mein gott ich habe nur einen stern hier bei gleich ist das vielen ist alles ok bin ich böse zu dir heute 99 der minenwerfer hat eine map überlebt trotzdem zwei steine bei der gleich ist das heute viel dann ist das alles ich hoffe ich muss jetzt eigentlich gerade so bitte geht runter zu dieser scheiß kanone bitte tut mir doch mal den gefallen und geht doch mal runter zu der kanone und lasst euch doch nicht von dieser kanone abschießen das kann es mir egal das ist mir wurscht die sind so schlecht das ist ja wie schön der graz pur meine oder der zwölf zu finden und der ist 13 auf den unterdessen kommen jetzt kann man bock wenn auch nach dem skill aus diese knurr vergleich so waschbär so ok ihr seid ihr euch auch noch so auf seid ihr doof das macht ihr denn ihr reiht euch noch so richtig schön vor dem laser auf was macht ihr nein lauf doch nicht zu dem laser bist du denn das wahnsinn ja ich habe trotzdem gewonnen ich habe drei sterne bei dir ich werde gleich gucken dass auch drei stand ja noch nicht doch hast du ich traue denen nicht mehr die schaffen dass sich auch noch von dieser einen kann ohne gett liegen da unten kaputt zu machen machen zu lassen unglaublich traue dem ding inzwischen alles so viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden als so wie es momentan ist 2000 wie wie viel gold hast du denn 1500 oder so 2000 ja wie viel denn hast du warum wie warum hat er das so gemacht okay na gut dann würde ich nur sagen wort nur ein steiner gleich das ist ein durchschnitt wo du bist aber 550 truppe sternen krass ich glaube ich du bist noch pro gänge bitte macht jetzt ganz schnell das ding dauern und dann geht runter zu dem anderen und dann macht den ganz schnell dauern und dann ist alles gut so jetzt haben wir es geschafft meine güte drei sterne das war wirklich die grausamste und schlechteste runde die ich jemals gespielt habe hier so ja okay würde ich mal sagen wieso brauchen die so lange okay wie viel hast du ich habe 582 du 553 guck mal wie nah das bei mir aussieht guck mal schaffst du es noch vor mir in silber komm sie mal durch komm wir machen jetzt bist du auf silber bist komm ein doch kommen wir machen jetzt bist du auf silber bist aber sie sich auf silber bist du willst du willst selbst noch ein silber kommt kommt näher auf jetzt bist du auf silber bist es wird nichts doch nehmen wir uns nächste folge nein komm wir machen die nächste folge ich will die nächste folge machen nächste folge ist eine titel ab in silber wir sind silber ja das machen wir nächste folge komm auf jetzt zieh durch jeder ist noch ein kampf und danach zieh durch komm er gleich ich habe noch gleich was zu machen bitte wir machen jetzt nicht bis zum ende also bis zu bis ich in silber bin nein nie im leben das macht ihr seid ihr denn des wahnsinns dahinten ist noch ein pitcher so auch drei sterne was das ist mein gott das ist nein ich habe es doch keine drei stelle habe ich warum auch mann so nächste nächste folge kommen wir dann in silber oder 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 willst du diese folge machen wir fehlen noch 15 stellen dann machen wir das nächste folge ok wenn es euch gefallen hat mir gerne daumen nach unten schreibt was den kanal und unseren youtube kanal kostenlos bis dahin noch drei und tschüss ok 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 so